hallo liebe zuschauer ich habe den mut mal hier draußen zu stehen letzte woche hatte nur geschüttet und jetzt wird langsam will ich mal sagen wird langsam ein bisschen trocken also das war schon schlimm ich bin auch gestern mal mit der drohne zum wasserfall geflogen hier in der nähe man sieht also schon den unterschied vor gut anderthalb wochen bin ich ja auch schon mal hingeflogen haben nachgesehen da war noch nicht so viel los dass die wasserfälle jetzt mehr wasser fördern hängt damit zusammen ganz einfach weil der boden ist jetzt voll gesaugt mit wasser und jetzt geht es nur noch oberflächen wasser ab man sieht es auch an den straßen hier auf kosamui im bobhut kann man sehr gut sehen zum beispiel dass da also schlammreste auf der straße sind das heißt also die erosion findet jetzt hier statt und dann haben natürlich die wasserfälle auch viel wasser heute mal was außergewöhnliches was ich normalerweise nicht machen ich bin also ganz lieb gebeten wurden einer meiner zuschauer nachträglich zum geburtstag zu kratulieren sie hatte am 16 geburtstag und ich habe von ihrem freund gehört dass sie regelmäßig meine filme sich anschaut das ist die ulle rieke herzlichen glückwunsch zum geburtstag ja aber das ist es denn nicht alles heute hat zum beispiel die romina hat heute geburtstag das ist die tochter meiner ex frau in deutschland und morgen hat mein liebstes stück meine tochter nadine geburtstag aber da will ich sie noch mal separat morgen kontaktieren und zum geburtstag gratulieren so fangen wir erst mal mit dem wetter an ja das wetter ist wird jetzt besser wir gucken mal auf dem wetterbericht was sie also da im internet gefunden haben gehen wir gleich mal rein hier kann man kosamui und kopangang sehen und poket und dann starten wir mal was kommt denn diese woche auf und zu wir sehen nordostwind also von uhr teilweise auch nordwind kommt runter und drückt praktisch die ganzen regenwolken die normalerweise über uns hinweg gefegt sind letzte woche so ein bisschen nach unten also hier unten ist die die regenzeit gut im gange man sieht auch poket bekommt auch diese woche wieder kräftig mit und da muss man sie also darauf einrichten ich wurde auch angeschrieben ja wir sind jetzt mal auf kosamui und befinden es gar nicht so toll das wetter ja die insel ist sehr schön wenn natürlich auch schönes wetter ist und jetzt gehen wir mal raus gesamt thailand und man sieht auf anhieb das im kern im in thailand im norden oberhalb von hua hin also nichts ist ja da oben ist jetzt ist es trocken ich höre das auch von der wind hat das oben in udontani sehr schönes wetter ist ist zwar ein bisschen kühler aber lässt sich aushalten ist immer temperaturen oberhalb von 25 grad so da sieht man keine einzige wolken das spielt sich alles hier unten im süden ab ich hoffe dass ja drei wochen haben wir jetzt im voraus die regenzeit bekommen dass auch mitte januar zu ende ist ja jetzt sieht man hier auch wieder unten der staudet sich ich habe auch gesehen hoher wellengang in hoher hin wir fahren ja nächste woche los am 27 wollten eigentlich mit der fähre fahren und da habe ich im internet gelesen die hatten also da oben bis zu vier meter hohe wellen und da habe ich natürlich keine lust drauf auf dem schiff zu sein ja dass das war das war der wetterbericht von hier da kommen wir zu den nachrichten ein ganz besonderes fest steht an nächste woche ist ja also diese woche samstag leu karton das ist das lichter fest wo die thailänder in der vergangenheit war es vielmehr so lichter laternen hochgehen lassen ist aber ich glaube 2017 ist es verboten worden weil unfälle damit entstanden sind naja trotz alledem lichter fest feuerwerk findet denn hier statt wir werden auch mit unseren freunden dieses fest hier in shaweng feiern das wird im ganzen land gefeiert und das heißt also auch an diesem wochenende ist einiges los hier in thailand die menschen möchten zu ihren familien strömen wir müssen auch gucken da wir jetzt also nächste woche denn die fähre kriegen weil bei solchen feiertagen kann es schon mal sein dass man einige stunden an der fähre steht um mitgenommen zu werden hier nur eine kurze information man kann also schon eine woche vorab die tickets kaufen und dann kann man direkt zur fähre hinfahren und wird als erster mit eingeladen die anderen ja wenn das boot voll ist muss man warten jetzt kommen wir zum cannabis verkauf hier in thailand da hat sich noch nichts geändert in gesetzen sind nur gesetzes entwürfe gerade im gange am 17 hat hat man wieder einen neuen vorgebracht es geht also darum diesen thc wert das ist also wo man ein bisschen dizzy wird auf 0,2 für den sag ich mal allgemein konsumenten runterzubringen in die richtung geht man und natürlich aus medizinischen gründen wenn der arzt das also verschreibt schmerzstillend und was es da alles gibt da wird also in nächster zukunft etwas auf diese verbraucher zukommen es ist also denn untersagt praktisch am straßenrand wenn man hier nach schaven geht in die beliebte szene dass man da die kekse kaufen kann und so das ist dann endgültig vorbei das ist die zielrichtung dass es also kontrolliert ist aber man kann weiterhin cannabis noch kaufen für die zukunft finde ich auch gut weil wenn es in den dunklen bereichen den kriminellen bereich rein geht wo man es unter die hand kauft dann ist immer kriminelle aktivität im gange und ich finde es besser wenn es offen in geschäften verkauft wird mit einer vernünftigen beratung ich habe da schon mal einen film zu gemacht kann ich hier verlinken man muss schon wissen was man da einnimmt was damit verbunden ist und die wirkungsweise nun kommen wir zu parteien aber rückwirkend am 18 war da wohl eine super led drohnen show hätte ich gerne mal gesehen wie man da hunderte von drohnen die regieren kann in in der luft und man hat dann schöne bilder kann man da produzieren und dass das alles so super genau läuft das muss also riesen spektakel gewesen sein das war im terminal 21 in parteien schade ich bin würde ich auch mal gerne sehen ich hatte gerade vorab schon gesagt wohin da hat man eine unwetterwarnung diese woche rausgegeben da waren bis zu vier meter hohe wellen ich habe da hier so ein schönes bild da muss es also ganz ungemütlich geworden sein und mal sehen wie es jetzt in den nächsten tagen aussieht ich bin also wirklich froh dass ich also einerseits nicht mit der fähre mit der seahorse fahre weil die fährt einfach nicht die ist nicht da da müsste man ja quer über den golf von thailand und mittendrin werden wahrscheinlich noch höhere wellen sein und see krank zu werden oder dazu und denke ja unter geht da ist natürlich keine appisch drauf ja also das wetter ist noch sehr sehr wechselhaft aber hier im unteren süden regenzeit wir haben auch was auf kosamui was unangenehm ist da soll so ein deutscher tourist 23 jahre der ist da unangenehm aufgefallen hat rumradaliert hat sein ganzes geld ausgegeben hatte keine unterkunft und ja dann hat er auch noch moped geklaut von einem thailänder und besoffen gefahren und dann hat man erwischt und da hatte man schon festgestellt er hatte 34 tage overstay und da ist ein logo hier also die ersten sagen wir mal zwei drei tage overstay wenn man sich verkalkuliert hat mit dem urlaub dann muss man eben ich glaube 500 watt bezahlen strafe am airport und dann ist es gut aber bei so einer hohen anzahl von 43 tagen da da kann er also ganz böse aus aussehen dass man sogar ins gefängnis gehen muss und eine strafe von 20.000 watt steht da drauf wie ich jetzt gelesen habe er kommt auf die schwarze liste das heißt fünf jahre einreiseverbot nach thailand also der junge der hat sich wirklich nicht vernünftig benommen ist nur aufgefallen und die die polizei oder die justiz denkt auch vielleicht daran ihn wirklich sofort abzuschieben dass dieser störenfried uns hier in thailand nicht weiter auf den keks geht und nicht auf die strafe den port ich habe ja mal eine filmreihe gemacht er hatte mal einer zwei jahre was dem muss man sich mal vorstellen kann ich mal die die playliste hier verlinken und nur mit den zuschauern war es möglich dass er nicht ins gefängnis geht für ein jahr nach bangkok bangkok hill nennt man das auch und viele werden da auch innerlich zerstört weil man mit über 200 häftlingen von aller kategorien zusammenkommt und die wenigsten überstehen das ok dann kommen wir zu meinem kanal die meisten haben ja mitbekommen dass ich im krankenhaus gewesen bin man hatte doch der kovid festgestellt durch den test und kann ich hier oben mal verlinken und das ganze ist mit meinem filmbeitrag so gut beim krankenhaus und auch bei meiner versicherungsmaklerin die guten kontakt zum krankenhaus hat angekommen dass man mir das jetzt angeboten hat wenn ich im februar zurückkommen und filmbeitrag zu machen von dem krankenhaus ich habe ja vor mehreren monaten schon mal probiert mit denen kontakt aufzunehmen hatte auch eine frageliste aufgestellt was die alles behandeln können gerade für uns älteren menschen wir haben ja alle schnell herzprobleme mit bypass und ständen setzen und diese fragen werden beantwortet ich kann also hier schon sagen das wurde mir von meiner versicherungs agentin von der jib gesagt dass man jetzt hier in dem krankenhaus muss mal gucken wat watapad wo ich gewesen bin jetzt auch herzoperationen durchführen kann das heißt also bypass kann man jetzt verlegen und ballons ständen kann man jetzt hier auch verlegen man muss also jetzt nicht zum national krankenhaus nach suratani gebracht werden sondern man kann also wirklich hier das alles behandeln und da meinte sie dann wird man mir das denn auch alles zeigen die räumlichkeiten op und welche fakultäten da vertreten sind um jemanden zu heilen ist also eine ganz interessante sache freue ich mich also auch drauf euch das mitzuteilen was hier los ist dann habe ich letzte woche das angesprochen über die steuern das steuerinformationen in dem fall was ich da sagte von den bekannten die müssen also alle schweizer mitteilen die in thailand leben und was sie für einkünfte haben abgesehen von der rente die wird nicht angetastet um das thailand mitzuteilen das hängt damit zusammen dass für einiger zeit glaub letztes jahr haben sich die staaten zusammen geschlossen oder schon vorher und thailand war da auch beigetreten alle informationen vom kontostand an einem gewissen tag dem herkunftsland wo der tourist oder nicht der tourist wo der verrang her kommt dem anderen land mitzuteilen und so ist das also auch von deutschland dass die thailänder auch wissen was man in deutschland oder österreich oder schweiz hat so aber thailand ist jetzt ausgetreten ich glaube insgesamt war das was ich im internet gesehen acht staaten sind aus diesem konsortium ausgetreten und geben keine informationen weiter ich weiß es nicht am ersten januar soll ja dieses steuergesetz da kommen und da sind sie ja noch viel drüber haben diskutieren und sieht schon so aus hat einige einsprüche erheben kanzleien und also halten wir mal den ball flach wir als rentner leben weiter so wie es so ist und dann werden wir irgendwie irgendwann mal aufgefordert nachweis zu bringen über das finanzamt hier in thailand aber erst würde ich mal sagen halten wir mal die füße stellen wenn natürlich die immigration kommt dass die jetzt eine steuernummer haben wollen von uns dann ist das natürlich eine andere sache dann muss ja jeder zum finanzamt hier nach thailand gehen und dann haben die aber auch die richtige fragestellung wie was für einkünfte man eben halt in seinem ursprungsland hat machen wir mal ab ja dann arbeitet man ja da dran das normale touristen visum zu verlängern das ist eine gute sache das ist ja momentan 30 tage und man kann das hier bei der immigration um 30 tage noch verlängern man kann das auch online mäßig machen und das will man jetzt für die zukunft auf 60 tage höher bringen damit die touristen eben halt leichter haben auch länger hier zu bleiben um hier das geld auszugeben ganz einfach ja hier ein punkt zu meinem kanal ich habe gesehen etwa 20 prozent meiner zuschauer brauchen auch den text unten in ihrer sprache ich habe den jahr bisher habe ich den in englisch russisch französisch niederländisch übersetzt das kann ich aber nicht mehr diese dieser befehl oder die dieser zugang ist für mich gesperrt ich weiß nicht wieso ich habe auch von youtube keine nachricht bekommen aber für diejenigen die das gerne in englisch sehen oder hören oder lesen möchten lesen möchten oder französisch da gibt es für jeden eine funktion in youtube da muss man einfach nach unten scrollen im bild und dann kommt ja dieses kleine zahnrad was da ist da klickt man einfach drauf und da steht untertitel der ist momentan hier aus und dann kann man hier deutsch automatisch zum beispiel draufklicken wenn man es also lesen möchte man kann auch draufklicken automatisch übersetzen und dann kommen alle sprachen kommen da wenn er aufgeführt und dann kann man seine landessprache oder seine seine muttersprache aussuchen und dann wird das unten übersetzt nur jetzt darüber können also meine gleich mal meine ausländischen zuschauer das eben halt in schriftform denn sehen was ich da oder was wir da gesprochen haben morgens bringe ich ja immer zum kaffeetrinken die webcam die da oben drauf ist und da war ja auch immer das futter drin in der letzten woche ist also das letzte futter was da drin gewesen ist ist dann auch verschimmelt ich bin dann mal hochgeklettert wo das dach trocken war und habe das alles da weggenommen da wird also jetzt nichts mehr gefüttert da oben die vögel müssen jetzt klar kommen ich habe hier unten eine futter stelle die ist aber nicht in der kamera zu sehen dass sie also weiter auch futter bekommen also da oben wird kein futter mehr sein ich habe es probiert dass sie also auch wenn ich jetzt zum beispiel in udon tani bin da ich von da aus die kamera ansteuern kann um also morgens weiterhin den kaffee trinken euch zu zeigen das bleibt heute am montag werden wir auch noch mal die oma besuchen das letzte nein nicht das letzte mal nächste woche wenn wir noch mal dahin fahren mit dem andreas der andreas kommt ja am 23 und guckte nach dem haus und nach gem da wenn wir noch mal nach oma fahren und da würde ich den andreas einweisen mit oma dann bekommt sie auch über den andreas jeweils die 3000 watt lebensmittel und die pflegekraft bekommt auch ihr geld dass er ein bisschen nach der oma guckt werden aber keine filmbeiträge gezeigt in den zweieinhalb monate von oma ich hoffe dass alles gut geht und wir sie wieder weiterhin gesund vortreffen nächstes jahr also dann wird mein freund andreas sich darum kümmern und soweit alles regeln das wird jetzt hier erst mal die letzte sendung sein mit den news montag 27 fahren wir ja hier los wie schon mehrmals gesagt habe und dann sind wir ja erst mal unterwegs und wenn ich in udon tani gut angekommen bin ich werde ja am mittwoch glaube ich kommenden film dann zeige ich die ganze reise was wir besuchen wollen wie die fahrstrecke ist wie viele kilometer das sind das würde ich also da präsentieren wenn ihr also da zur ruhe gekommen bin dann werde ich wieder montags die news bringen das eine freude für mich sein euch weiterhin diesbezüglich zu berichten was in thailand los ist und auch in meinem kanal so das soll es gewesen sein wir sehen uns vielleicht in zwei oder drei wochen hier montags wieder tschüss